Kennst du dich eigentlich mit Esskulturen aus? Wahrscheinlich kennst du Vegetarismus und Veganismus. Es gibt aber auch noch viele unbekannte Formen. Eine davon wird in diesem Video vorgestellt. Das hier ist David. David hat sich nie großartige Gedanken über sein Essverhalten gemacht. Doch dann hat er Bianca kennengelernt, die schon lange als Flexitarierin lebt. Was ist das eigentlich und wofür soll das gut sein, fragt sich David nun. Flexitarier sind Menschen, die überwiegend auf Fleisch verzichten. Sie sind sozusagen flexible Vegetarier. Im Gegensatz zu Veganern nehmen sie andere tierische Produkte wie Milch oder Eier zu sich. Wenn sie gelegentlich Fleisch essen, dann achten sie bewusst auf Nachhaltigkeit und Qualität. Aber warum sollte man auf Fleisch verzichten? Es gibt viele Gründe. Bianca möchte zum Beispiel auf eine artgerechte Tierhaltung und den Umweltschutz achten. Massentierhaltung lehnt sie wegen der mit ihr einhergehenden Umweltverschmutzung und der nicht artgerechten Haltung ab. Wichtig ist ihr auch ein gesunder Lebensstil. Die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung lautet, 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche zu sich zu nehmen. Dieser Empfehlung können Flexitarier durch ihren nur gelegentlichen Fleischkonsum gut nachkommen. Laut der Definition des Vegetarierbunds Deutschland sind Flexitarier Menschen, die mindestens drei Tage die Woche auf Fleisch verzichten. Umstritten ist, ob alle lebenswichtigen Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe hinreichend aufgenommen werden. Bei Bianca klappt das mit der ausgewogenen Ernährung sehr gut. Sie hat sich informiert und nimmt durch andere Lebensmittel die benötigten Nährstoffe auf. Wenn du dich jetzt fragst, warum du noch nie von diesem Begriff gehört hast, keine Sorge, denn in Deutschland ist dieser noch nicht so geläufig. 2003 tauchte er das erste Mal in den USA auf. Noch 2013 lag der Flexitarier-Anteil in Deutschland bei 11,6%. Heute liegt er bereits bei 29,4%. Wie man sieht, liegt der Flexitarismus im Trend. Na, kannst du dir vorstellen, flexitarisch zu leben? Oder gehörst du vielleicht schon zu den Menschen, die nur gelegentlich Fleisch konsumieren? Bianca konnte David jedenfalls überzeugen. Er hat sich dazu entschieden, für einige Zeit mit Bianca zusammen flexitarisch zu leben.